moin amigos moin zusammen hallo ich grüße euch ich hoffe euch geht es allen gut so nach einigen tagen pause kommt hier mal wieder ein kleines video von mir und zwar geht es darum dass unsere nummer eins marie schwebe seinen auslaufenden vertrag bis 20 27 sogar verlängert hat das freut mich ungemein so haben wir was das angeht planungssicherheit und ich gehe auch fest davon aus dass er selber natürlich beim fcae bleiben möchte und dass die verantwortlichen unter baumgart keller und alle anderen ja ein schwebe natürlich auch ja seitdem er jetzt in den letzten zwei saison ja unsere neue nummer eins wurde dass er dann halt auch für die weiteren jahre die klare nummer eins bleibt er ist halt auch ja so langsam auch im sehr guten fußballer alter noch nicht im allerbesten torwart alter das kommt alles noch ja man muss dann halt mal abwarten wie sich diese kommenden drei vier jahre die weiteren drei vier jahre jetzt entwickeln mit der mannschaft selber er selber natürlich auch in seinen leistungen und ja ich bin gespannt ob er das was er bislang gezeigt hat sogar noch ausbauen kann ich glaube ja das kann er von daher müssen alle zufrieden und stolz sein dass wir so ein torwart in marvin beim fc im tor stehen haben das zweite oder der zweite punkt ist über das ist über was ich sprechen möchte so jetzt habe ich es ist dass der fc angeblich an keitel vom sc freiburg interessiert ist das ist der butschi der jetzt auch die drei spiele auf der sechs in der u21 bei der em gespielt hat leider sind die jungs da natürlich jetzt auch sang und klanglos ausgeschieden ja für eric martel was jetzt ja ich sage jetzt mal keine gute em ich glaube da wurde einmal nur eingewechselt oder zweimal keine ahnung ja vielleicht hätte man mal mit doppel sechs spielen sollen und nicht mit einer sechs nur aber gut darum geht es nicht anscheinend spricht der fc mit keitel selber der sc freiburg könnte ihn jetzt halt verkaufen um halt noch eine kleine ablöse zu generieren vom marktwitter steht er glaube ich bei vier millionen aber die wird der fdfc niemals bezahlen und der keller sowieso nicht also wenn der sc freiburg jetzt noch ein bisschen geld mit ihm machen möchte dann müssen sie gesetz machen was halte ich davon ok martel und keitel auf der doppel sechs warum nicht entschuldigung ich habe tierische knieschmerzen deswegen ein bisschen rum ja warum nicht christensen haben wir ja auch noch und ja wir müssen dann mal gucken christensen christiansen die christensen war das ne christiansen war ja der der andere von von gräuter für oder ich verwechsel die jetzt ist auch banane also wenn wir die drei den final für die neue saison auf der sechs haben also martel keitel wenn er denn jetzt tatsächlich kommen könnte oder sollte und jakob dann ich nenne ihn extra jakob ich bin ja clever ja auf der auf der sechs dann sollte man zumindest was die jugendliche frische und dass das unbekümmerte angeht da sind wir dann schon gut aufgestellt ob es jetzt defensiv reicht das wird man final sehen aber ich denke mal schon weil auch keitel hat glaube ich weit über 30 saison spiele letzte saison für den sc freiburg absolviert also der ist jetzt auch kein kein jungspund der da irgendwie sieben oder acht spiele da irgendwie mal reingeschmissen wurde sondern der hat halt auch schon einige bundesliga spiele auf dem buckel wir lassen uns mal überraschen was an dem gerücht tatsächlich dran ist um keitel und und um den sc freiburg aber das ist jetzt halt auch wieder nicht ich sage jetzt mal der erfahrene qualitativ starke sechser den sich keller eigentlich wünscht wahrscheinlich gibt es da kein oder kein kriegt man also guckt man wieder in andere regale und versucht das dann halt denn ja mit u21 nationalspielern ist eigentlich nicht verkehrt aber letztendlich wir brauchen halt auch erfahrung auf dem platz das kann jetzt nicht nur kein sein oder gut wenn er den final zurückkehrt in der breite in der summe brauchen wir natürlich schon ein bisschen mehr an erfahrung oder auch an an lautsprechern die dann halt auch mal laut werden auf dem platz und nicht immer nur alle die die nicken und nicht wissen was sie tun sollen wenn keiner da mal rumschreit aber gut das ist auch wieder ein anderes thema vielleicht ist der keitel aber auch schon weiter als ich jetzt ja das weiß und dann lassen uns jetzt mal dann echt final überraschen was jetzt ja bis hoffentlich zum zum 10 juli oder 13 juli wenn es dann ins trainingslager geht wie dann hoffentlich dann final der kader aussehen wird ich hoffe bis dahin steht der kader weil ich möchte nicht dass man noch irgendwie ein spieler holt nach dem trainingslager und der hat gar nichts mitgemacht und alles und steht dann erstmal wieder zwei drei monate hinten an weil er sich erstmal ran kämpfen muss und alles das war alles kontraproduktiv also deswegen jetzt wirklich final bis zum trainingsstart am 10 juli und zum 13 juli müssen im grunde alle neuzugänge da sein die man halt da haben möchte wenn sich dann noch mal was ergibt okay aber wie gesagt die die spieler die man jetzt wirklich will die sollten dann wirklich zum 10 oder 13 juli dann wirklich auch beim fc sein gesund sein fit sein und dann halt auch ins trainings und trainingslager dann einsteigen können damit wir dann auch wirklich eine optimale vorbereitung haben in der hoffnung dass sich dort keiner verletzt oder halt krank ausfällt gut das waren meine zwei punkte mit der verlängerung von marvin schwebe und dem aktuellen gerücht um keitel vom sc freiburg schreibt mir gerne in die kommentare was ihr von den beiden themen haltet seid ihr positiv gestimmt freut ihr euch oder sagt ihr nee den schwebe will ich hier gar nicht mehr sehen kleiner spaß am rande und zum keitel natürlich auch eure meinung ob er gut genug wäre ob er hier zum fc passen würde oder ob ihr euch dann doch wirklich einen qualitativ besseren spieler wünscht als derzeit ein perspektivspieler wobei der keitel halt auch nicht so verkehrt ist ob er jetzt final zu uns passt das wird man halt dann sehen wenn er dann tatsächlich zu uns wechseln sollte und dann müssen wir natürlich genauso wie jeden neu zugang natürlich auch die möglichkeit geben und die chance geben sich hier rein zu spielen festzuspielen und ja dann sieht man dann halt final weiter gut das wäre es von mir ich freue mich von euch zu hören lasst es euch gut gehen schönen abend und bis bald macht's gut tschüss